Das heutige Google Doodle feiert den österreichischen Nationalfeiertag, der auf Deutsch als Nationalfeiertag bekannt ist. Am 26. Oktober 1955 verabschiedete Österreich ein Gesetz, das die dauerhafte Neutralität der Nation erklärte. Daher ist das heutige Datum seit 1965 der Einhaltung des österreichischen Nationalfeiertags vorbehalten. Die heutige Google Doodle Grafik zeigt Österreichs rot-weiße, horizontal gestreifte Flagge. Diese Flagge wurde 1918 offiziell angenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.